Easy So jetzt können wir gegen den fighten Au du Arsch Ich treff ihn immer mal wieder Ja den ersten hast du schon verloren Bitch Und den zweiten auch Easy Ah ja einfach nur easy peasy Habe ich mir schon gedacht dass hier irgend so ein Hopp Wir haben aber was vergessen ich bin so ein richtiger Mongo alter Werden die scannen müssen Das haben wir aber nicht getan We don't scan them So von dem alpha haben wir schon was generiert Wie kommen wir jetzt da oben drauf Au Hier Ja wir kommen hier oben So nächsten Jetzt haben wir hier zwischen aber noch ein Ja Das heißt wir gehen mal hier hin Und dann gucken wir mal ob wir das finden Baby Das heißt wir müssen nur in die luft gucken Grün 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 Hm Hier ist auch irgendwo noch ein Geheimnis Erstmal das holen Pin Jo Bischern cara Tschüssi Toodoloo! Ah, hier! Okay, tschüss! Bam! Rein in Schwabbeln, ins Mundwerk Geil! Aber das war doch nicht das Geheimnis! Geheimnisse sind was anderes! Ja, Geheimnisse sind was anderes! Hier soll irgendwo ein Geheimnis sein, aber... Guys! Huh! Aha! Aha! Guckt euch bitte mal an, wo das versteckt ist, Alter! What the fuck? What the fuck? Oh, Mama! Okay! Da muss ich schneller sein! Darauf erstmal ein Lagritz! Kacke! Da muss ich wieder hin, Leute! Wo war das? Hier! Okay! Das muss schneller gehen! Da! So! Hier war das, ne? Ja, hier! Na, wir jetzt nicht pushen, aber wie gut sind bitte hier Rätsel versteckt! Also! Oop! Da! 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 He-he-he! Jeg-e-e! What the heck? Wow, Alter. Das ist ja geil. Holy shit. Krass, Mann. Hier ist einfach so ein kompletter Raum. Und ab dafür. Hätten wir auch von hier reingekonnt? Ja, Mann. Wir hätten gar nicht durch diese Lasershow müssen, aber... Ist cooler so. Macht mehr Spaß. So. Wo müssen wir jetzt hin? Was sagt unser... Erkunde den Turm. Aktiviere die Kristalle, um den Hauptturm zu öffnen. Ah ja, genau. Das war ja das. Yes. Okay, I remember. Dann lass uns mal porten. Wir müssen den einen hier noch entdecken, ne? Das eine Ding ist noch unentdeckt. Irgendeine Plattform haben wir hier noch nicht. Die wollen wir natürlich auch noch kriegen. Oh, Alter, das ist geil, Alter. Hopp. 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 Und hier... gibt es so eine vereinzelte Prüfung, die wir machen müssen. Wir müssen erstmal die Dinger rausziehen. So. Hopp. So, so, just, uh, just a quick note. Now that you've cleared the gears, the, um, lava that's power, this tower has started rising. Towards here. I would, I think we should go up. Fast. Hopp. 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 Und mit Joypad ist es, also, das hier mit Tastatur zu spielen, ist halt einfach geil. Oh, wir müssen warten, bis die Lava oben ist. Oh, we're good. You're good. I was... Is this what Panic feels like? That's new. I hate it. Haben wir das erste nämlich aktiviert. Das war die Prüfung. Und hier habe ich ja Koop gespielt mit einem Kollegen. Und dann haben wir hier vorne die noch Prüfung. So, und hier kommen wir nämlich nur rein, wenn wir die Stromscheiße haben. Sonst wären wir hier nämlich nicht reingekommen. Und hier müssen wir zum Beispiel Lasern ausweichen. So. Und jetzt kommen nämlich Laser, denen wir ausweichen müssen. Und Gegner. Und Gegner. Das ist halt so eine Jump-Einlage. Und später kommen noch Gegner dazu. Und da musst du noch den Lasern ausweichen. Und das ist halt das Nervige gewesen hier. Da habe ich mich so ausgeregt. Das ist halt so schön. Aua! Au, da hätte ich nicht doppelt springen sollen. Einmal reicht. Es leckt, ja. Es ist wieder jetzt abends, das Internet. Aber es ist ja nicht so schlimm, wenn es nur ein bisschen leckt. Ah, yes, I remember. Immer wieder kurz, ja. Das behebt sich nachher. Kann ich leider nichts machen im Moment. Ja, mal gucken. Wenn es schlimmer wird, dann muss ich erstmal Pause machen. Hä? Wollte ich gerade sagen, wieso grabbt er das nicht? Ja, man wird leider zu schlimm wieder. Ich muss nochmal trotzdem Vodafone anrufen und fragen, was abgeht. Wir machen das nächste Mal weiter. Hier vorne. An der Stelle. Naja, ich sag mal wieder, danke fürs Zusehen und so. Weil die Lecks werden zu schlimm und das triggert mich dann immer übertrieben. Dann machen wir hier morgen weiter. Und exploren weiter die Welt. Oder? Läuft sie jetzt? Ah, nur eine Stunde, ne? Ist halt richtig kacke, Alter. Jetzt geht's wieder. Ja. Ah, wie lange. Mal gucken. Let's go. So, den Turm haben wir jetzt angemacht. Jetzt müssen wir oben in den Turm reingehen und mal gucken, was da so drin ist. Hopp. Ui. Ui. Ah, eine Kugel zum Weg-Teleporten. Nein, das war es nicht. Ich hätte hier und wartet. Oder? Doch. War es das? Aber wohin? Ah, hier. Oh Gott, sang. Hä? Wo sollen wir denn da hin? Hopp. 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 So, dann gucken wir mal rein in den Turm. Ein Arschloch. Ah, das ist das? Oh. Der Kuss ist ein Wettbewerb. Na ja, genau. Hier war das ja, wo wir erstmal das mit dem Tor machen mussten, ne? Könnt ihr euch da dran erinnern? Wir müssen ja diese... Den Strom hier müssen wir ja nehmen. Komm rüber, Arschloch! Easy, bitch! So, und hier irgendwo ist ja sein Glipsch-Schwarzer da. Ups. Ich hab mich selber geslowt durch diesen Glibbel. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Sohn-Vieh haben, was wir... Was wir die DNA ansaugen müssen, aber ich glaube nicht. Nahes Geheimnis ist hier sogar noch. Okay, dahinter ist das. Aber das ist nicht das Nahe Geheimnis. Ich glaube ja, dass das eher weiter oben ist. Das Nahe Geheimnis. Oder unten weiter. Ja, aber immer wenn wir nach unten fallen, kommt der Sound mit dem Geheimnis. Das ist die letzte Warte. Und jetzt fährt das Ding nach unten und dann können wir auch noch weiter nach unten gehen. Das ist das Ding. Geil. Matsch gemacht. Mal gucken, weil hier auf der Seite ist es nicht. Es war eher hier, oder? Oder war es, wenn wir hochgegangen sind? Da oben war ja die Stromtür. Hier ist es nahe Geheimnis, wenn wir hier mal hingehen. Hier ist es wieder weg. Swain, hi. Wie geht's? Swain, Swain, Swain. So. Hier kommt das Geheimnis. Oder? Oben kommt das. In die Richtung hier. Da oben? Weil da waren wir ja schon drinnen. Oder? Ja. Hier oben sind ja nur diese... ...schwebenden Viecher da. Da ist ja nichts. Wom will er da nicht rauf? Wartet. Demmit. Demmit. Das ist das Einzige, was ich hasse. Bei dem Spiel. Diese Dinger sind immer richtig ungenau. Was wir machen könnten ist... ...wir könnten hier mal so ein Matschi hinwerfen. Aber hier waren wir ja schon. Hier ist nichts. Er sagt, wenn wir nach unten gehen, ist da ein Geheimnis. Und jetzt ist das Geheimnis aber wieder weg. Ah, I don't give a fuck. Let's go to the next level. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ah ja. Der Boy hängt ja erstmal an der Wand. So, da haben wir eins von diesen Augen. Ah, hier könnte das sein. Ich glaube auch eher hier ist das. Wir brauchen das Ding hier. Hopp. 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 Yes. Hier kommen ja diese Viecher raus. Man kann die festbacken. Die kommen hier hoch. Können da ihn aber hier treffen. Ah ja. Hopp. Geh mal essen da. Wir essen, du Arsch. Genau so. Hopp. Noch enger kann man den Raum hier nicht machen zum Kämpfen, ne? Noch enger können sie den Raum nicht machen. So, da brauchen wir Bum-Bum. Haben wir wieder eins von diesen Glubsch-Augen erwischt? Ja. In der Konsolen-Version konntest du hier draufstehen, dann hast du keinen Schaden gekriegt. Ähm, ja. Zwei haben wir. One to go. Dann müssen wir gucken, wo oben diese, unten, wo diese Ader längs geht, ne? Da, die geht hier ran. Da, hier ist die. Haben wir das schon gescannt? Ne, können wir nicht scannen. So, und jetzt können wir runter. Hier unten ist ja dieser Friedhof. Sonst noch irgendwas scannen? Ne. Let's go. Nächster Stopp. Einkaufszentrum Süd. Oh, das Auge ist ja unübersehbar. Oh, Gott. Ah, ja, ich... I, I remember. Aber. Oh, Gott.